hallo und herzlich willkommen zum weihnachtsgewinnspiel 2018 auch in diesem jahr gibt es wieder mal etwas zu gewinnen aber ganz kurz vorweg möchte ich euch natürlich allen ein wunderbares weihnachtsfest wünschen und einen guten wunsch ins neue jahr ich meine die meisten haben denke ich mal um diese zeit frei deswegen genießt die zeit mit eurer familie euren freunden oder mit sonst wem oder bekannten die lange nicht mehr gesehen habt oder auch alleine machen wir auch einige und die zeit auch genießen und ihr könnt die zeit noch mehr genießen mit einem kleinen preis den euch sogar mehr oder weniger aussuchen könnt dieses jahr gibt es wieder zwei gewinner und diese zwei gewinner dürfen sich jeweils einen von drei preisen aussuchen und zwar im preis pool befindet sich ein 20 euro gutschein von amazon dann eine 20 euro gut haben karte für xbox live und denke auch an die playstation spieler eine 20 euro gut haben karte oder ein gutschein für den playstation store das heißt die gewinner können sich einen von diesen drei preisen aussuchen und es können sich auch beide gewinner den gleichen preis aussuchen das geht auch es können auch zum zum beispiel beide gewinner sagen kommen wir wollen immer zum gutschein haben und ja bedingungen sind ganz einfach ihr müsst mal einfach nur einen kommentar schreiben welchen von den drei preisen ihr haben möchtet und schreibt mir einfach dazu was ihr damit machen wollt durch dafür was ich jetzt im store was kaufen wollten spiel zum beispiel welches spiel oder vielleicht auch ein film oder bei euch was aber aber zum kaufen möchte eine laptop tasche vielleicht irgendwas oder keine ahnung eine handy halterung oder was auch immer schreibt mir schreibt mir einfach in die kommentare rein das ist die einzige bedingung ja das ganze geht bis zum 30 dezember 2018 um 18 uhr dann werde ich die gewinner per zufalls generator ermitteln und diese dann auch unter diesem video benachrichtigen es hat kein extra video geben wie letztes jahr mit der auflösung ich werde einfach hier in die kommentare schreiben wer gewonnen hat dann müsst ihr mir natürlich noch irgendwie noch schreiben wo ich euch kontaktieren soll oder wie ich benachrichtigen soll da muss ich euch ja irgendwie privat benachrichtigen also schreibt mir am besten vielleicht auch dazu wo oder wie ich euch benachrichtigen soll weiß ich bei xbox anschreiben oder bei facebook oder irgendwo eine privatnachricht oder weiß da gar ja was das muss ich halt irgendwie wissen wo ich euch denn anschreiben soll wie gesagt am 30 wird aufgelöst so gegen 18 wo ich meine es kommt jetzt nicht auf fünf minuten an aber also dass nicht denken ach hier um am 30 um 17 uhr 50 ach ich will doch noch mitmachen entscheidet euch bitte früher mitmachen oder nicht sehr ganz lieb dann wünsche ich schon mal den gewinn an jetzt viel spaß mit den preisen die ihr dann auch am 30 noch bekommen werdet wir müssen etwas aussuchen ihr könnt nicht alle drei sachen nehmen ganz so reich bin ich dann doch nicht ihr müsst euch entscheiden was genau ihr möchtet ja dann war es das auch schon mit mir heute ich genieße noch den tag heute mit meiner familie dann bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen habt noch eine schöne zeit und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten videos wieder das nächste video kommt übrigens am 26 dann geht es weiter also bis dahin und tschüss